So, willkommen bei einer neuen Aufnahme. Ich glaube, wir hatten gerade mit unserem Lehrer hier gesprochen und der wollte wirklich mit uns parlieren. Ja, was können wir denn jetzt hier sonst noch machen? Vielleicht mit unserem Kumpel reden? Der wollte ja in unserem Haus auf uns warten. Der Trommel-Dude. Wo war unser Haus nochmal? War doch hier unten irgendwo. Hallo, 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 hallo. Ach, ich brauche irgendwas, was ich hier gegenwerfen kann. Dahinten ist bestimmt irgendwas cooles. Irgendwo findet man doch bestimmt was. Ah, hier ist unser Haus. So, ganz nebenbei. War hier unten nicht noch irgendwas, was man... Okay, gehen wir erstmal unseren Kumpel besuchen. Ah, der Typ, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Oh no, invent is down. Alphonse, ach ja, klar. Der Full-Mittal-Alchemist. Oh Gott, was wollen die Piraten? Oh Gott, was für ein Plot-Twitter. Oh yeah, Flashbacks. Oh man, ich hab's. Ach ja. Ver algorithm ver Jerome. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Haben wir das Relikt nicht schon eingesammelt? Ich meine, wir haben doch irgendwas eingesammelt. A floating continent. Und... Strato... Jo, hat sie noch einen Planung, ne? Auf geht's zum liegenden Kontinent. Ziehen wir uns hier nochmal eben rein. Schade dir nie. Kann ich die jetzt eigentlich... Ah, jetzt kann ich sie wieder rufen hier. Soja, warte mal. Ich schau mal eben, ob ich das Ding hier nicht doch vielleicht aufschießen kann. Ne. Ach, und zum anderen kann ich gerade nicht wechseln, weil wir noch in Valley sind vermutlich. Na gut. Okay. Wollen wir... Ach, jetzt kommen wir auf einmal wieder hier durch. Feiner hält uns auf. Ach, das ist doch der Dude, der uns vor dem Euling-Tempel ein paar Worte zugemurmelt hat. Sooo... Okay, einfach nach oben. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, was nicht... Oh, 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 oh. Okay. Ich bin unfähig, einfach unfähig. So. Gut. Die hatte ich schon mal wieder komplett vergessen. Ich meine, hier waren irgendwo so Pflanzen, die den Weg begrenzt haben. Den können wir jetzt ja voll draufhalten. Aber wo soll ich denn hier... Ach, ne. Fuck. Ach, das waren Brücken. Ja, ja, ja. Oder Tode oder was auch immer. Okay. Kann ich mit dem... Oh, äh. Okay. Okay. Äh, zack, so. Kann ich mit dem die... Ne, scheint auch nichts zu helfen. Ich weiß einfach nicht, was man hier machen muss. Äh, hallo. Oh. Was zeigt Ihnen hier für welche? Euch kenne ich doch. Ach, verdammt. Ich dachte vielleicht, ich hätte die mitnehmen können. Ja, okay. Blühtet ein bisschen hier rum. Hier war irgendwie was speichern oder so? Ne. Vielleicht degeneriert sich hier unser Leben, wenn wir ziemlich down sind. Und dann ist das... Ich hab's auch schon anguliert hier. Zack. Ach! Okay, das hat schon wieder wieder vergessen. So. Au. Au. Ähm. Wir haben ja jetzt... Okay, kann ich vielleicht... Ah. Das ist ja auch schon wieder. Okay, aber wir haben ja noch jede Menge Münzen eingesammelt. Die würde ich ehrlich gesagt gerne ausgeben. Oh. Hi. Du bist doch hier der Gehilfe von der einen. Ich dachte, hab ich nicht so einen Side-Quest, denen zu sagen, dass die nach Hause kommen sollen? Das bist doch doch bestimmt einer der Geschwister von denen. Oh. Der ist ja da. Der ist ja da. Der ist ja da. Ne. Und dann. Und dann. Und dann. Das hat schon wieder... Holy moly. Oh! Ich wünschte es gäbe irgendwie ne Minimap oder so Coins Das ist nur die Übersicht Wir waren gar nicht schlecht was den neuen Tempel angeht, ich meine wir haben schon durchaus was verpasst aber 93 von 100 und 333 von 400, das lässt sich zumindest ein bisschen sehen. Keine Minimap Das finde ich ja nicht gut, lass dich mal wieder fallen Hier war ich halt schon drinnen Was ist da doch hier, oder? Hier geht es so gut in den Tempel Es ist immer wieder dasselbe Schild Das ist so wahnsinnig nützlich Ach, okay Hier ist es Hier nochmal Achso, das finde ich doch So, come on Gib uns was uns gehört Look at that Prink Nois 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 Okay Das nächste Mal wieder Lebenserweiterung und dann Nach Ah, kann ich wahrscheinlich weiter schießen mit Geddy Dann wahrscheinlich wieder ein Hut Okay, äh, 1250, das nächste bisschen Ich hätte fast erwartet, dass es dann in 500er Stunden weitergeht So, hallo Oh ne, ist er raus Okay, hierher, den einen Bruder habe ich doch gefunden, oder nicht? Ach, was soll's, geht mir nichts an Lassen wir uns mal die Hörer schlafen Ach, ach Ach Ach, es ist wieder da, hier Zack Ach, was passiert eigentlich? Was ist denn das mit dem Wasserfall? Da müssen wir doch auch noch irgendwie einen Trick bekommen, was weiß ich nicht Ich glaube, das hier kann ich nicht einfach wegschießen, oder? Ne Ich glaube, das hier kann ich nicht einfach wegschießen, oder? Das hier kann ich nicht einfach wegschießen, oder? Sehr schön Hervorragend Hervorragend Da komm ich her Was sagt dieses Schild? Okay, wir müssen tendenziell einfach weiter nach oben Oh Was? Ist das gemein! Oh Gott, sind die jetzt schon wieder hier? Nein, oder? Vielleicht kann ich die hier essen, oder? Ach schon Ist wenigstens ein bisschen Gerechtigkeit Ich will ja nicht zu früh nach oben gehen Ich glaube, ich habe da keine Nummer mehr hier, oder? Ich will ja vielleicht wieder durch Na gut, dann ist das wohl nicht zu früh, wenn ich jetzt nach oben gehe Oh Ich will ja dann wechseln Okay, das ist wohl einer der... Oh, halt. Grab. Mampf. Okay, ich bin voll. Wer ist da? Hehehe. Totally a joke. Hehehe. Okay. Ptsch, die erinnern mich an die Hauselfen irgendwie. Yes, please. So, ich muss ihm jetzt ehrlich den ganzen Weg zurück tragen. Öppah. Na doch nicht. Ah, okay. Die versammeln sich einfach um den Shop herum. Genauso wie der eine Dude, den ich da getroffen hatte, vermutlich. Komme ich auch irgendwas dafür? Piu, 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 pi Ich kann mir nicht mal vorstellen, was ich dann denke von mir. Was gibt's denn hier so schönes? Hm, sowas. Hallo, hallo. Wie geht das denn? Oh, komm ich jetzt zu den Turren hier, die hinter den Stornen versteckt wurden. Oh, das geht aber schnell. Hm. Oh. Okay, hier scheint nichts zu sein. Jep, da ist die erste Turren. Auf der anderen Seite war ja auch nur eine. Sehr schön, noch 100 bis zum nächsten Lebenserwartung. So, was gibt's hier oben noch? Oh, äh... Au. Verdammt. Das war doch schlecht. Kann der auch wieder nach oben sprechen. Der ist weg. Hm. Okay. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass man so viel schneller nach links oder rechts fliegt. So, schon wieder knapp hier. So. Bisschen Leben auffrischen hier. Oh Mann, hier ist nicht wieder so ein Gegnerviech, oder? Das geht jetzt einfach mal. Oh, da ist hier noch eins. Oho. Was ist denn das hier? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Die Wächter und die Maschinen. Ich, äh... Ai Goulius, hab sie erschaffen. Diesem Token hältst du den Schlüssel. Komm zum Heiligtum, um... Ding. Okay. Um all das glorreich zu sehen, was ich erschaffen habe. Und die Fehler, die ich begangen habe. Okay. Das klang ja erstmal nicht schlecht. So eine nette Nebenbeschäftigung. Ein Steam Achievement hat mir verraten, dass es wahrscheinlich drei Münzen, äh, gibt. Das war schon wieder knapp. Dann. 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 Oh. Dann weiter geht die Bösefahrt. Ah das... Ah, das ist das Ding immer springt! Das ist gemeint. Das wird getriggert, wenn es mich sieht. Oh... Oh die M FC. Hahaha Was ist das? Holy. 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 Holy fuck. Wieso sollen die Dinger da wieder nehmen? Ich hoffe mal mit dem... Ja. Das sieht so viel besser aus. Mein Hut ist wieder weg. Ich finde das so doof, dass die Hüte... Was? Sehst du mich verarschen? Oh Mann, ist so langsam mit dem Dude. Ich hasse den. Und beim ersten Mal drücken spawnt der auch nur bei mir. Und ich denke die ganze Zeit, der schießt schon. So. Jetzt schön Füße still halten. So. Wenigstens sind jetzt alle weg. Oh nein, da ist ein Ohr. Weiß nicht. Oh Gott, was zu essen hier? Dann bitte bitte. Oh, was ist denn? Und ich warte mal lieber wieder, bis ich meine... ...Motion regeneriert hat. Ich finde das sind ein bisschen viele von den Dingen. Komm ich gar nicht hier schnell durchzufinden. Ohne Witz, das ist doch verarsche hier. Wieso schießt der nicht? Nein, die verfeuert. Oh, wirklich? Ja. Komm, tötet mich. Ich habe jetzt eh keine Lust mehr. Oh, mach das Spaß. Ja, komm, tötet mich. Wenn die erstmal fliegen, dann wird das nichts mit dem Gut. Oh, kommt. Im Prinzip nur eine Chance nenne ich, wenn die da noch in ihrer Formation sind. Manche muss ich auch nicht triggern. Weiter geht's. Das finde ich jetzt aber so uncool. Ja, das gibt's doch nicht. Ja, das gibt's doch nicht. Hm, ja, ich kann mich auch nicht am Rand empfangen. Quetschen. Oder irgendwie da rüberkriegen. Ich bin jetzt hier nis gekommen. Oh. I'm sorry, aber das scheint erstmal ne Sackgasse zu sein und ich hasse das Spiel dafür. Wahrscheinlich sind alle diese Viecher gerade wieder respawned. Ich seh es doch schon kommen. Komm mal gleich hier hin. Hier. Ah, das ist doch nirgiges Schild. Ok, dann wollen wir hier natürlich hin. Okay. 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 Okay.